Warnung, dieser Film beinhaltet eine unsympathische Hauptdarstellerin. Die Zuschauer werden um Diskretion gebeten. Wolltest du schon einmal so berühmt werden? Dass es nicht mal wichtig war, wofür? Danny Sanders könnte vielleicht der schlimmste Mensch sein, über den wir je gesprochen haben. So zu tun, als wäre sie das Opfer, hat eine Menge Leute von ihr abgestoßen. Ich wollte nur die vorderen Strähnen blondieren, aber ich will echt nicht mit Danny Sanders verwechselt werden. Das ist so verrückt, oder nicht, Kevin? Weiße Frauen. Mein Name ist Danny Sanders und am 10. April Eine Reihe von Terroranschlägen in Paris wäre ich fast gestorben. War nur Spaß. Pass auf, was du dir wünschst. ?